Das WB-Gespräch des Willisauer-Bote wird Ihnen präsentiert von den Raiffeisenbanken aus der Region, der Swiss Chrono AG in Menzenau und Ottos. Herzlich willkommen zum WB-Gespräch, dem aktuellen Monatsinterview des Willisauer-Bote. Heute mit zwei Vertreterinnen des Jugendtheaters Willisau, der dieses Jahr 30 Jahre Bühnenjubiläum feiert. Wir haben hier Ems Stroxler, Gründerin des Jugendtheaters, und 22 Jahre lang Mitglied der Produktionsleitung. Und Salome Albrecht, seit 2021 Mitglied der Produktionsleitung Ressort Kasse und Bar, und dreimal Mitglied des Ensemble. Herzlich willkommen, Ems und Salome. Herzlich willkommen. Ich freue mich drauf, ich bin auch gespannt. Ich bin ein bisschen verschrocken, dass es schon 30 Jahre ist. Ja, merci für die Einladung. Ich habe selber auch im Jugendtheater mitgewirkt, mehrmals in verschiedenen Funktionen. 2011 habe ich dich, Ems, kennengelernt, und 2016 habe ich Salome, das zum klarstellen, warum wir uns da so duzen. Und ihr seid ja beides Theater-Profis eigentlich. Hört ihr noch Lampenfieber vor einem grossen Auftritt wie hier? Also, ich bin schon immer ein bisschen aufgeregt da noch, weil ich spüre, dass es noch von früher, also die Eigendynamik, die es am Schluss gibt, dass dann alles da ist. Und so, dass, ja, die Anspannung, und das spüre ich auch. Und das bin ich dann auch. Ja, also, bei mir ist das auch nach wie vor nicht weggegangen. Ich glaube, das gehört auch einfach ein bisschen dazu. Ja, aber, also, was sicher dazukommen ist, ist eigentlich ein bisschen das Vertrauen, dass es dann schon gut kommt und dass es normal ist, dass man so nervös ist. Ähm, ja, aber ja, nach wie vor super nervös. Am 27. April feiert das Jugendtheater die Premiere des neuen Stücks, schon immer jung. Es ist auf den Tag genau 30 Jahre nach der ersten Aufführung des Jugendtheaters 1994, damals in der Stadtmüli. Welches Gefühl hast du bei diesen Zahlen? Du hast vorhin gesagt, du bist verschrocken. Ja, ich habe dann ganz kurz einmal gerechnet, als wir das aufgeführt haben. Das waren unsere drei Mädchen 13, 15 und 17. und heute habe ich eine Enkeltochter, die 17 ist und dachte, wow, das ist wirklich eine Generation. Das ist mir gerade so ein bisschen bewusst geworden, wie viel Zeit das ist. Es sind sicher Bekanntschaften, die entstehen im Jugendtheater, die einen verbinden, wie jetzt zwischen uns auch. Aber was hast du, Salome, sonst noch von deinem Engagement im Jugendtheater bis jetzt mitnehmen können? Wie du sagst, an obersten Stellen sind sicher die Bekanntschaften, die man macht, die Freundschaften, die man schliesst, aber auch sicher vor Leuten reden und auftreten, also sicher jetzt als spielende Person. Das hat mir mega geholfen, sei es jetzt nur nachher für Vorträge in der Schule oder sonst weniger Angst, wenn ich auf der Bühne stehe, mich zu Hause zu fühlen, wenn ich auf der Bühne stehe. Und jetzt mit dem Organisatorischen, ich mache jetzt eigentlich, seit ich dabei bin, die Bar organisiere, dort einen Einblick, was das eigentlich bedeutet, einen solchen Betrieb zu führen und was dort alles muss mit einfliessen, aber auch dann, dass man so gerade sehr schön das Produkt nachher auch sieht und auch dadurch eigentlich belohnt wird für all die Arbeit, die man dann auch macht eigentlich. Du hast jetzt gerade gesagt, den Betrieb führen, ich glaube, das muss man ein bisschen. Wenn ich mich erinnere, ist das Jugendtheaterensemble schon ein recht wilder Haufen von jungen, kaum zu bändigenden Leuten. Du bist immer als die erwachsene Produktionsleiterin dabei gewesen. Wie hast du das alle erlebt, das Zusammenarbeiten mit den jungen Leuten? Also ich habe es eigentlich grundsätzlich wunderbar gefunden. Und am Anfang hatte ich das Gefühl, ich muss noch rum sein, auch bis zum Schluss und den Beschlissen. Und dann mit der Zeit habe ich herausgefunden, nein, das könnte ich auch selber. Und ich habe das noch wirklich eine gute Entwicklung gefunden, dass ich das Vertrauen bekommen habe. Die können das, die übernehmen die Verantwortung, dass es klappt. Und dass ich so lange dabei war, das hat so verschiedene Gründe gehabt. Erstens habe ich es wirklich gerne gemacht. Zweitens war, ich bin so konstant da gewesen und die jungen Leute gehen die meisten weg. Und ich habe immer gesagt, wenn ich einmal in der Projektleitung Leute da sind und ich das Gefühl habe, die würden es gerne machen und die würden bleiben, dann gebe ich es weiter. weil das finde ich wichtig, dass es weitergeht. Es ist dann ein bisschen länger gegangen, weil es Fräulein Tagapo, oder Tirene Hodl, als Fräulein Tagapo, hat das eigentlich einmal wollen und dann hat sie eben ihr eigenes Programm erfunden. Und dann ist es halt noch ein bisschen länger gegangen. Aber es war super. Du, Salome, du hast jetzt den Schritt vom Ensemble mitgelehten, Ehemaligen in die Produktionsleitung, wie ist der Wechsel so gegangen, wo man doch eben mehr über Verantwortung übernehmen muss und nicht mehr nur sich ausleben kann? Also, Gute Frage. Also, ich bin halt wieder zugekommen, wo es auch noch ein bisschen mit dem ganzen Corona-Ding, es ist gerade noch vorbei gewesen, wir sind unsicher gewesen, eben so Ende 2021, was machen wir jetzt? Jetzt gibt es wieder eine grosse Produktion, ich glaube, dann gleich zusammen mit dem Erwachsenen-Teater, nein, das ist ja auch später gewesen. Stimmt, es ist wie ein bisschen anders gewesen, also unter das, ja, hauptlich ist jetzt der Einstieg nicht gewesen, aber es sind alle so ein bisschen gesehen, so, oh, jetzt haben wir so zwei Jahre lang nicht wirklich etwas Grosses, so, wie wir es sonst gewohnt sind, auf Bein stellen. Ähm, aber es ist sicher interessant gewesen, zu diesem Rollenwechsel mal ein bisschen zu sehen, was heißt das überhaupt, wenn man in Produktion leiten muss, was gibt es für Ressorte, wo muss man alles noch, an was muss man alles noch denken, aber, ähm, dadurch, dass eigentlich die Leute, die schon in der Produktionsleitung gewesen sind und schon länger dort dabei sind, die hat mich dort sehr gut eingeführt, von dem her, ja. Zum 20. Geburtstag vom Jugendtheater hast du, Ems, in der Heimatkunde Wickertau gesagt, das professionelle Umfeld ist ein Markenzeichen des Jugendtheaters Willisau, es garantiert für die hohe Qualität der Darbietungen, garantiert die Professionalität auch den Erfolg. Nein, ich glaube einfach, dass die Jungen ganz, ganz viel mitbringen und ein Potenzial haben, etwas auszutöpfen. Und die Professionalität, das habe ich eigentlich eher so gesehen, dass zum Beispiel bei den Kostümen oder bei der Bühne, bei der Musik, dass es dort auch Leute sind, die dort mithilfen oder mitdenken oder beraten. Und für mich ist es auch immer klar gewesen, dass die Regie, also die Arbeit mit den Jugendlichen, muss mit jemandem sein, der das mithilfen könnte. Dass es wirklich, ja, eben eine Professionalität im Hintergrund hat. Und das ist, mich hat es gedacht, es hat so eine Welle gegeben, dann hat es Leute gegeben, die aus dem zuerst mitgekommen sind, dann in eine Profession hinein und dann wieder andere mitgenommen haben. Das hat mich eigentlich noch wunderbar getrunkt, wie man sich auch entwickeln konnte, und das Professionelle, was man dort mithilfen hat, aber das hat wieder weitergehen können. Und ich glaube, das ist noch bis heute so. Also ich denke, gerade an Robin, an die Eva, die haben die Professionalität dort erlebt und sind heute auch professionell tätig und gehen es wieder weiter. Genau. Und ich finde das wunderbar. Also die jetzigen Co-Regime, Robin Andermatt, Yarina Frischkopf, Müller, die sind beide auch Ensemblemitglieder gewesen und machen das jetzt, zum gewissen Teil professionell. Ich habe noch gelesen in der Recherche, dass bei der allerersten Aufführung 18 Jugendliche auf der Bühne gewesen sind. 2013 waren es sogar 30 Jugendliche gewesen, wenn man Musik, Licht, Bar, alle dazu zählt. Mich denke, in den letzten Jahren sind sie ein bisschen weniger geworden. An was liegt das, Salome? Ja, wenn man das wüsst, dann könnten wir das Problem ganz schnell beheben. Ja, es sind wirklich immer weniger geworden. Wir haben ein bisschen zu kämpfen mit dem. Wahrscheinlich auch, also wir haben jetzt gerade am letzten Samstag eine Besprechung mit dem TGV, also der Theatergesellschaft Willisau, haben wir uns getroffen. Und dort ist ein Punkt auch gewesen, dass man könnte schauen, dass vielleicht die Zusammenarbeit mit dem Kindertheater ein bisschen besser funktioniert, dass der Übergang vom Kinder- ins Jugendtheater eigentlich fliessender ist oder besser funktioniert, dass einem die Leute nicht abspringen vielleicht. Das ist das Jahr zum ersten Mal hat es jemanden, der vorher im Kindertheater mitgespielt hat und jetzt zum Jugendtheater gewechselt hat. Ja, ich weiss nicht, wir sind am Werbung machen. Wir sind eigentlich eines der wenigen Jugendtheater im Luzerner Hinterland. Ich glaube, es gibt nur Rausmu. Und das ist dann aber auch schon gesehen. Also eigentlich müsste man vielleicht einfach, wir haben jetzt das Jahr zum ersten Mal an der Kante Sorsi zum Beispiel Werbung machen. Und das hat sich auch gelohnt, weil es hat jetzt auch drei Leute, glaube ich, von Notu, die mitspielen. Es ist auch, glaube ich, kein Zufall, dass jetzt heute mit euch zwei Frauen da sind. Also in der Geschichte des Jugendtheaters sind immer viel mehr Frauen als Männer beteiligt gewesen. Warum ist das so? Warum ist das Jugendtheater etwas, das junge Männer offenbar nicht besonders anspricht? Das finde ich auch noch eine schwierige Frage. Ich kann Ihnen noch eine lustige Anekdote erzählen, die ich... Das war bei Rumi und Julia. Dort haben sie für Oberstteufel mich dann so gesagt, Frau Troxler, suchen doch Jungs, wir werden doch. Und dann gesagt, ja, kommt, es ist wirklich wichtig. Ich glaube, ist eigentlich die Schwellen anders. Oder haben die mehr Sport? Oder drückt man sich in diesem Alter weniger gerne aus? Kommt das ein bisschen später? Ich kann das nicht sagen. Ich habe sie jetzt auch beim Kindertheater gewunden. Die sind viel mehr Mädchen. So ins Rollen schlüpfen. Ich hoffe, das werde ich mit der Zeit einfach auch ausgeglichener. Das wäre schön. Ja. Du hast vorhin Corona auch schon kurz angesprochen. Das war sicher eine schwierige Phase. Ich möchte jetzt nicht zu fest auf diese Phase an sich eingehen. Aber ist es nachher schwieriger, um die Leute wieder abzuholen? Ist es der berühmte Corona-Knick, den man in verschiedenen Kulturgefässen vornehmen kann? Ja, ich habe schon das Gefühl, das spürt sicher auch eine Rolle mit den besuchenden Leuten. Einfach die Pause und dann ist man wie so ein bisschen wie geht es schon wieder? Und ich weiss auch nicht, was das liegt. Warum das so ist. Aber ich habe schon das Gefühl, es ist schon auch ein bisschen da. Dass es verloren gegangen ist, weil es Technik gegeben hat, hat man dann nicht mehr die Leute gehabt, die dann gegangen sind und das weiterverzählt haben und Leute mitgenommen haben. Ich glaube, das spüre ich auch in anderen Bereichen, in anderen Vereinen, in denen ich auch noch tätig bin. Dort haben wir auch seit Corona eigentlich viel weniger Leute, die kommen. Warum auch immer. Ist es für dich immer einfach gewesen, ein Ensemble zusammenzustellen, wenn es ja früher so besser gewesen ist? Es hat auch Wellen gegeben, es hat so Jörgen gegeben, die sind quasi so als Gruppen von 5, 6ern zukommen und dann, wenn es geblieben sind, haben es vielleicht noch mehr mitgenommen und darum hat es zwischendrin wirklich grosse Ensemble gegeben, also bis 18. Romy und Uliah haben, glaube ich, sogar 20. Dann ist es aber plötzlich hat es das Loch gegeben und dann konnte man eigentlich nicht ganz sagen, warum. Es ist einfach, und dann ist es wieder gekommen und gerade die Turnier- rausgekommen sind. Dort hat es wirklich einen Schub gegeben. Es gibt ganz viele aus eurer Generation, die dann auch geblieben sind. Das habe ich wunderbar gefunden, auch in verschiedenen Funktionen. Und das AKW ist ja auch dann dort zum Teil mit entstanden. Das habe ich grossartig gefunden. Aber es gibt zwischendrin einfach so, ich weiss auch nicht, ich kann es nicht sagen, warum. Zum Wellenbewegungen. Ja, das AKW meinst du den Verein Aktion Kultur Willisau, zur Erklärung. Dort ist Salome auch dabei und ich auch, um mir auch fairerweise zu sagen. Salome, im Jugendtheater hast du das Ressort Kasse unter dir. Da nimmt mich natürlich Wunder, wie geht es denn, Kasse? Wie steht das Jugendtheater finanziell da? Ja, also mit Kasse hast du gemeint, Oberkasse, Ticketverkauf. Das mit dem Geld wäre Finanzen. Das ist tatsächlich nicht mein Ressort. Aber darum kann ich dir da nicht so genaue Zahlen durchgeben. Aber es ist sicher so, dass wir jetzt da nicht gross Cash machen. Wir sind sehr fest darauf angewiesen, dass wir von SponsorInnen Gelder bekommen oder von dieser Aktion 60x60, die wir versuchen, von 60 Leuten 60 Franken ins Büro. Genau, das haben wir glaube ich auch noch nie geschafft, dass wir wirklich 60 mal 60 Franken eingetrieben haben. Ja, also wir geben uns sicher Mühe, dass wir Kulturschaffende gerecht bezahlen können. Aber, also eben, wir machen das glaube ich auch nicht minus meines Wissens. Aber also, ein grosses Teil an Plus ist jetzt am Schluss eigentlich schon auch nicht dabei, was eigentlich auch ein bisschen schade ist. Das Zeughaus, wie ich so, ist ja jetzt schon seit ein paar Jahren, oder mehr als zehn, eigentlich die Spielstätte vom Jugendtheater. Das ist auch damals noch saniert worden, von der Stadt. Und die Theatergesellschaft hat auch einen Teil dazu beitragen, auch mit frohen Arbeitseinsätzen, dass das über die Bühne gehen konnte. und ich frage noch mal dich, Emse, du hast dir mal gesagt, zu dieser Zeit, 2011, 2012, zum Zeughaus, ich wünsche mir, dass dort ein Kulturzentrum entsteht. Ist das Zeughaus jetzt ein Kulturzentrum, oder wird es noch ein? Also ich habe, ja, wahnsinnig Freude gehabt, ich glaube, das war bei der Produktion Trieb, als es Jugendtheater ausgespielt hat. Da ist das ganze Zeughaus bespielt, mit ganz verschiedenen Sachen. Und da habe ich gefunden, wow, das ist so ein Teichen gewesen. Und ich glaubte, dass die Bereitschaft, das so zu brauchen, da ist. Und wer weiss, was noch entstehen kann. Also, und ich glaube schon, dass es diese Beruhigung gab, also, vorhin sind wir immer an anderen Orten gewesen, und das war nämlich recht anstrengend, weil es hätte keinen Raum gegeben. Wir sind wirklich, ich glaube, an zehn verschiedenen Orten gewesen, weil wir mussten schauen, wo und was breitzt man jetzt her, wie kann man das machen. Und so ein, das Zeughaus zu haben, das einfach ein guter Raum ist, ein guter Groove, wo man auch proben kann, wo man Sachen lassen kann, und nicht immer alles zusammenräumen, ich glaube, das ist Gold wert. Also Salome, wie zufrieden bist du mit der Räumlichkeit, ein Zeughaus, Dachstock, du kennst es ja gar nicht anders, ja? Ja, also ich liebe das Zeughaus heiss, ich bin sehr gerne dort. Was jetzt etwas ist, was nicht so gut am Zeughaus ist, ist tatsächlich der Dachstock im Sommer, wo wir das Problem hatten, vor allem für das Jugendtheater, wo eigentlich die Aufführung immer Mai, Juni hatte, dass es einfach zu heiss war, dass man es dort oben wirklich kaum ausgehalten hat. Das haben wir jetzt ab diesem Jahr geändert, wir haben alles ein Monat vor verschoben, dass Jugendtheater eigentlich jetzt immer April, Mai spielen kann. Gerade aus dem Grund, weil es wirklich einfach unglaublich heiss wird unter dem Dach und man kann es nicht runterkühlen, wirklich irgendwie. Aber ja, ich finde es von der Lage her super, ich finde eben die verschiedenen Stöcke super, Theaterbar unten dran, einen schönen Parkplatz, ja, Rundum glücklich. Rundum, ja, mit gewissem Aufstrich. Mit der Räumlichkeit bin ich zufrieden. Ich möchte noch mal kurz rauszummen, Ems, wir haben mit dem angefangen, 30 Jahre, wenn du jetzt die Entwicklung des Jugendtheaters noch mal so vor Augen führst, was macht dir besonders Freude? Besonders Freude macht mir, weil es wirklich zeigt, dass ganz verschiedenungsmöglich ist. Also von eben kleineren Produktionen bis grösseren, selber entwickelten Stöcke bis zu einer Ausstellung, die noch mal war, dass wirklich verschiedenste Formen ausprobiert werden können und dass die Jugendlichen da wirklich ihr Potenzial ausprobieren können. Und dass es ein Experimentierfeld geblieben ist, das finde ich wirklich wunderbar. das Jahrhörige Stück heisst schon immer jung und es geht ums Jungsein im Luzerner Hinterland. Wie steht es eigentlich ums Jugendtheater? Ist das Jugendtheater mit 30 wirklich immer noch jung, Salome? Ich würde schon sagen, also verglichen mit der Theatergesellschaft, die 220 Jahre alt ist, sind wir schon noch immer sehr jung. und ja, also, ja, sicher. Und die Produktionsleitung ist und bleibt jung. Nicht, dass wir etwas dagegen hätten, wenn dort auch Leute mit höcherem Alter dabei wären, aber momentan ist es gerade sehr eine junge Produktionsleitung. Wir kommen jetzt zum Ende. Ganz am Anfang habe ich gefragt, ob wir eigentlich noch Lampenfieber haben. Jetzt kommen wir hier schliesslich den Kreis, wir kommen zum Applaus, wenn der sprichwörtliche Vorhang gefallen ist, was sollen die Leute für einen Eindruck vom Jugendtheater mit Hause nehmen? Was wünschen ihr euch? Das kann ein Anstoss sein für irgendetwas, das soll auch verschieden sein, ich denke, es nimmt jeden etwas anderes mit. Es soll vor allem mal vom Publikum, das älter ist oder in meinem Alter sein, wow, grossartig, was sie machen, da ist eine Kraft rum, da kommt eine Generation oder da kommen junge Menschen weiter, die etwas bewirken wollen. Ich glaube, das ist etwas, das ich wunderbar finde. Es ist ein Übungsfeld, etwas zu bewirken, etwas zu machen, dass das rüberkommt und dass man das spürt. Das wünsche ich ganz fest. Ich finde es wirklich, ja, ich freue mich auf jeden Fall und bin gespannt, wie das ist, was da für Geschichten kommen mit dieser Generation. Ich freue mich auch, Salome. Ja, ich finde, sie hat es ganz sehr gut schon gesagt. Ja, erhofft mir natürlich immer auch, dass Menschen zuschauen können, die vielleicht denken, das wäre vielleicht auch mal etwas für mich. Es sieht aus, es hätte mega Spass auf der Bühne, aber auch neben der Bühne. Also wäre das eine tolle Sache, weil das ist es auch. Also ich habe wirklich Freundschaften geschlossen und Leute gelehrt und Erfahrungen sammeln können. Das wünsche ich eigentlich ganz vielen anderen Menschen auch und auch erwachsenen Menschen einfach, dass sie die Kraft sehen, die Energie, die rum ist, dass die Jungen auch wirklich immer noch Lust haben, etwas zu kreieren und etwas zu machen, etwas auf die Beide stellen. Ähm, ja. Der Toi, toi, toi für die Aufführungen. Toi, toi, toi. Und das 30. Jubiläum. Danke, Salome Albrecht und Ms. Troxler für das Gespräch. Das war es vom WB-Gespräch, im aktuellen Monatsinterview von Willi Sauerbott. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Monat wieder dabei sind. Das WB-Gespräch von Willi Sauerbotti ist Ihnen präsentiert worden, von den Raiffeisenbanken aus der Region des WISKRONO AG in Manzenau und Ottos.